Thema meiner heutigen Videoausgabe ist der Mangold, jenes farbenfrohe Gemüse, das im Winter nicht nur den Gaumen, sondern auch das Auge erfreut. Die Blätter sind grün oder rot und in der grünen Variante kann die Farbe der Stiele von weiß über gelb bis hin zum tiefen rot reichen. Diese Mischung hängt von der individuellen Mischung der Pflanzenfarbstoffe ab und hat keine Auswirkung auf den Geschmack. Der Mangold stammt ursprünglich einmal aus dem Zweistromland, das schon in der Bibel bekannt war und heutzutage im Wesentlichen im Irak liegt. Über den mediterranen Raum ist es bereits im 13. Jahrhundert zu uns nach Mitteleuropa gekommen und hier heimisch geworden. Die Pflanze ist mit der roten Beete und der Zuckerrübe verwandt und überhaupt nicht kälteempfindlich. Hier im Video sieht man, wie es aussieht, als bei minus 6 Grad mal ordentlich eingefroren hat und gerade mal zwei Tage später bei plus 3 Grad stehen die Blätter da, als wäre nie etwas gewesen. Mangold ist ein ausgesprochen gesundes Gemüse. Es enthält eine ganze Reihe an richtigen Mineralien, allen voran das Kalium, aber auch Eisen ist in ausreichender Menge vorhanden. Dazu hat es eine ganze Menge an Vitaminen, Vitamin A, Vitamin C und ganz wichtig die K-Vitamine. Zum Rohessen ist Mangold nicht so gut geeignet. Mangold enthält viel Oxalsäure. Bei Leuten, die dafür empfindlich sind, kann es zur Bildung von Nierensteinen beitragen. Die sollten das Gemüse besser kochen. Das würde ich aber auch selber auch generell empfehlen. Ich mag es lieber in gekochtem Zustand. Und wie man den Mangold auf einfache Weise zubereitet, das zeige ich euch in einem gesonderten Video. Zum Schluss noch ein Wort zur Aussaat. Ich sähe den Mangold erst im Sommer aus. Mangold braucht etwa drei Monate, um erntereif zu werden. Da es bei uns aber, wie bereits erwähnt, sehr trocken ist und sehr heiß ist, entwickelt er sich da zunächst mal nicht so gut. Aber wenn dann hinterher der Regen wieder einsetzt im Herbst, dann gedeiht er ganz prächtig. Und bis zum Spätherbst und Winteranfang ist er wirklich fertig und erntebereit. Und genau dann ist ja die Jahreszeit, wo wir uns mit Vitaminen versorgen müssen. Aber nicht nur die Blätter sind essbar. Auch die Wurzeln kann man gut verzehren. Die sollte man aber erst ernten, wenn die Erntezeit für die Blätter vorüber ist. Was man dann mit den Wurzeln anstellen kann, zeige ich euch dann später im Frühjahr. Unser Feigenbaum hat uns reichlich beschenkt. Es sind sogar zwei Generationen reif geworden und die letzten Feigen konnten wir noch Ende Oktober ernten. Im Gegensatz zu den meist villafarbenen Feigen, die man im Laden so kaufen kann, bleiben unsere Feigen grün. Auch das Fruchtfleisch bleibt relativ hell. Es ist gelblich bis etwas rosafarben. Schmecken tun sie aber genauso gut. Am besten einfach ganz frisch direkt vom Baum. Die Schale kann man dabei mitessen. Insbesondere da bei uns ja nicht gespritzt wird, braucht man sie nicht einmal zu waschen. Feigen kann man auch ganz gut zu einer süßen Marmelade verarbeiten. Alternativ zu einem feurig scharfen Feigen-Schotten. Fast ganz oben in unserem Garten steht mittendrin in der prallen Sonne ein kräftiger Quittenbaum. Leider mochte er uns in diesem Jahr nicht mit einer großen Ernte beglücken. Aber ein paar Früchte waren dennoch dran und die sind eigentlich ganz schön geworden. Ich wollte sie ja noch ein bisschen hängen lassen. Allerdings hat uns der Wind in den letzten Tagen die Entscheidung abgenommen und die meisten von den Früchten runtergeschüttelt. Jetzt müssen wir sie natürlich auflesen. Quitten sind auch im reifen Zustand sehr hart und lassen sich dementsprechend nicht ganz so gut verarbeiten. Am einfachsten macht man einfach Gelee daraus. Da es bei uns in diesem Jahr aber nicht so viele Quitten gab, haben wir uns für die Variante Apfel-Quitten-Marmelade entschieden. Die passt ausgezeichnet zu Pfannkuchen. Das war es erstmal für heute. Vergesst nicht, euch das Video mit dem Kochen anzusehen anzusehen und natürlich den Kanal zu abonnieren und vielleicht auch auf die Homepage zu schauen. Die ist im Übrigen in den Kommentaren unten verlinkt und dort gibt es immer noch weitere Informationen in schriftlicher Natur. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.